Jawohl! Zwei Spanien im Team, das heißt ich bin nicht der Schlechteste in der Runde, das ist jetzt schon mal sicher, obwohl ich King Arthur nochmal spiele in einer ungekatteten Runde. Enjoy! Da ich ja wirklich festgestellt habe, dass eine wirklich nicht so ein Modus ist. So, was ist das für ein Musikfilm bitte? So, wünsche mir viel Glück! König Arthus! Wie gesagt, wünsche mir viel Glück, denn ich bin richtig kacke mit diesem Gott. Ah, läuft ja schon. Läuft bei uns gerade. Lass mich dir helfen, wir machen das. Lass mich! Ja. Alter, entnehmen wir jetzt gerade wirklich AFK. Also warum hat das jetzt wahr? Aber hier in Demos läuft das doch tatsächlich wesentlich besser. So, aber die machen da anscheinend was. Alter, was ist mit hier in der Runde los? Was ist das Double Kill? Was? Fenrir ist Level 4. Fenrir ist Level 4. Fenrir ist Eier. Excalibur! � Hättest du mal getroffen, Niamh? Wie das gerade in der Runde funktioniert, habe ich keine Ahnung. Geht das eigentlich so, ich wende dir eins? So, seid physische, ich mach Souveränität. Na gut, dass mein Team nicht so ganz useless ist, nicht so wie ich. Ah, ich hätt rücken können. Scheiße. Okay. I'm sorry, Niamh. Hurl! Wow, dafür gibt es ein nice Job. Ja gut, ich bin King Arthur. Ja, die Geschichte sind wahr. Und ja, du werden heute nicht verlieren. Na, wo sei denn, ihr Gegner? Sie hatten ja nur die, äh, hier die Fenre und Charles großartig zugefügt. Ich finde es gut, dass er gerade einen Kill hat. Ja, mit King Arthur. Okay, wenn du Kailus hast? Ja, mit King Arthur. Ja, mit King Arthur. Machen wir doch ein bisschen Ante hier. Ich glaube, King Arthur ist doch einfach nur ein Tank. Ja, wo einfach alles draus spammen, dann läuft das schon. Hey, Mr. Nice Job, Sie haben 3-2. Hey, ich bin King Arthur, kann ich hier wirklich mithalten? Von der KD her. Attack, Firegiant! Von Ihnen, ich kann einen familiaren Malus fühlen. Ein Malus, das Excalibur wird. Die KD will destroy. Anfeuer hat sich geholfen. He's gone for Pili-Spring. For Avalon! You have been playing an enemy. Die for your monster. Ja doch, wir bringen tatsächlich was. An enemy has been slain. Ouch, Sniive. An enemy has been slain. We didn't think you could win. I recognize the legendary artifact when I see it. Because it just works well. With... Shell. 5-1 with King Arthur. Let's go, guys. You have slain an enemy. I was always looking for powerful and chivalrous knights. Interested? Ja, so langsam macht der Gott Sinn. Okay, was ist da jetzt gerade passiert? Ja, ging es abrunden 2016, ja, dadurch haben wir die Vitalkeit gerade gespielt, aber was ist da gerade jetzt genau passiert? Ist der Teal denn stark? Also auf den Gott wahrscheinlich schon, wa? Weil er ja so viele Abilities spammt. Was Bomben war als letztes? Mehr Defense, wa? War doch Damage? Wollen wir die Hütte uns klar machen? Ne, wie finde ich nicht, dass ich gerade zacke. Impressive magisch, maybe Merlin's Creations? Ich sache, ich bin gerade die in zwei, los, boys. An ally has been explained. Oh, wait! Not the killing sprain, Amit. The Scalibur! Strike! Dodge this! Was? Was? Am I finding a Head's Head? Your middle tower is under attack. Your middle tower has been destroyed. Oh, wait! Oh, wait! Ah, wait! Oh, wait! Let's do it! Oh, man. Oh, wait! Oh, wait! Wait! Oh, wait! Yeah, it takes time! Oh mein Gott! Wir sind darin gar nicht meine Schuld. Ich finde eigentlich gerade, dass ich ziemlich gut spiele. Ich bin durch die Blade von Fate. RETREAT! RETREAT! RAPAGE! Da ist mein Ende. Well done, well done, well done, you are excellent. Your middle phoenix is under attack. Your middle phoenix has been destroyed. Your middle phoenix is under attack. Your enemy has been slated. Your middle phoenix is under attack. 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 An enemy has been slayed. Got him. Double kill. Deicide. It will take more than these wounds to keep me from the fight. Impressive magics. Maybe Merlin's creations? Easy. CD-O. Your team has destroyed a middle enemy Phoenix. From you, I can sense a familiar malice. A malice that Excalibur will destroy. Watch yourself. Retreat! An enemy has been slayed. This! The Camelops! For Avalon! The Bintops Excalibur! Great! An enemy has been slayed. I've been slayed. I've been slayed. An enemy. Yeah! Nice hits! Got him! Double kill! Yeah! Deicide! Ha! Excellent fight! Ah, okay! Alter! Reportet die Bastarde, ey! Ah, wir haben gesehen, King Arthur kann stark sein, tatsächlich. Haben wir gesehen. Mehr oder weniger. Also er sagt nicht immer. Nee, keiner kriegt hier irgendwas. Ach. Wie war unser Schaden, bevor ich drauf umhacke? Ach. 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 Wisst ihr, wie soll man gewinnen, wenn das Team einfach surrendert? Egal, danke fürs Zuschauen. Eigentlich haben wir gewonnen, also, tschüss, hat rein. Ciao.